Hallo liebe Eltern, hallo liebe Schüler. In diesem Video möchte ich einmal auf eine Frage eingehen, die jetzt schon häufiger kam. Und zwar sind viele von Ihnen in der Situation, dass mehrere Nutzer an einem Computer Teams nutzen, weil mehrere Schulen jetzt zum Beispiel Teams nutzen oder sie beruflich Teams nutzen und ihr Kind jetzt in der Schule auch Teams nutzt und leider erlaubt die Teams-App nicht, dass man mehrere Instanzen, mehrere Accounts hat, in die man sich einloggen kann. Das heißt, man müsste sich immer hier auf abmelden, klicken und das ist einfach nervig mit der Weile. Ich möchte mit diesem Video einfach einmal ein paar kurze Möglichkeiten vorstellen, wie man dennoch vorgehen kann. Diese Möglichkeiten funktionieren an jedem PC, ob es ein Mac oder ein Windows ist. Also, Möglichkeit Nummer 1. Sie sehen, ich habe hier mehrere Browser auf. Ich habe einmal den Chrome-Browser auf. Im Chrome-Browser, das ist hier unten rechts, bin ich eingeloggt als Jane Doe, eine Musterschülerin, die ich angelegt habe. Hier funktioniert Teams im Browser. Einfach auf teams.microsoft.com gehen, der Rest füllt sich automatisch aus. Einloggen und fertig. Ich habe hier auch den Edge-Browser auf. Hier bin ich als Michael Ende eingeloggt. Ebenfalls teams.microsoft.com und ich kann hier ganz normal arbeiten. Ich habe noch als dritten Browser jetzt den Firefox-Browser installiert, auch teams.microsoft.com. Und hier ist dann Maximilian Mustermann eingeloggt. Also, Sie sehen jetzt schon, ich habe drei Nutzer eingeloggt in Browsern und einmal die Teams-App, da bin ich persönlich eingeloggt, wären vier Accounts, die jetzt quasi genutzt werden könnten an einem Computer. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so eine elegante Lösung, aber das wäre auf jeden Fall möglich. Eine weitere Alternative wäre, jetzt ist dieser Rechner hier ein bisschen langsam geworden, Sie gehen auf Einstellungen. Das ist hier, pardon, auf Einstellungen und dann auf Konten. Dann gehen Sie auf Familie und andere Benutzer und sagen, diesem Computer eine weitere Person hinzufügen. Microsoft-Konto, ihr möchtet natürlich immer ein Microsoft-Konto machen. Ich würde jetzt einfach erstmal sagen, ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht. Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen und jetzt nennen Sie Ihren Benutzer dann nach einem weiteren Familienmitglied in Ihrem Haushalt. So können Sie natürlich mehrere Benutzer installieren und dass die Schüler dann nach und nach an den Computer rangehen können. Smartphones oder Tablets sind natürlich auch eine Alternative. Das sind so ein paar Möglichkeiten. Sie könnten dann einfach einen Benutzer erstellen für jeden, der loggt sich ein und dort ist dann, ich breche das jetzt hier ab, dort ist dann hinterher am Anmeldebildschirm pro Nutzer, kann man dann anklicken, auch ein Passwort vergeben, wenn man will und sich dann die Teams-App installieren und dann pro Nutzer ist das dann wieder möglich, dass dann jeder die offizielle App auch benutzt. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen, falls Sie Fragen haben, gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Tschüss.